KARA BENEMSY KARA BENEMSY und sein toller Freund Hatschi Halef Oma, Karl Mays unsterbliche Helden, feiern neue Triumphen. Zum ersten Mal in einem Karl-Mai-Film ist das wilde, gefährliche und romantische Kurdistan-Schauplatte. Nicht ein einziger Kurde zu sehen, das gefällt mir nicht. Hast du Angst? Das war kein Gewehrschuss. Oder eine Art von ferner Kanone. Vielleicht war es ein Steinschlag. Fähre die Achtung! Wie du mein Ciddi erschießt, wird dir aller dein Schandmaul zertreten. Für jeden Tritt brech ich dir eine Rippe. Kalt! Lass sie ihn. Der splinige Lord Lindzee und sein ergebender Butler Hatschi kreuzen die abenteuerlichen Wege KARA BENEMSYs. Oh, ist eine wundervolle Gegend. Eine wundervolle Gegend, Herr Lord. Der erste Karl-Mai-Film, der die prunkvolle Machtentfaltung des geheimnisvollen Orients zeigt. Ist dein Fest, KARA BENEMSY. Ist dein Fest, KARA BENEMSY. Ah, zieh die kugelsichere Weste für Mr. KARA BENEMSY. Nein, danke. Feier! Wir nehmen sie Gefangenen. Gefangene sind immer gut. Freundlicher Mensch. Das hast du wohl nicht erwartet. Ist das nicht herrlich? Wunderbar. Ach, es ist wundervoll. Wenn das so weiter geht, dann schaffen wir leicht eine Erdumkreisung. Weil sich die Araber so wenig fürchten, sterben so viele. Bewundern sie die schönsten und vielfältigsten Landschaftsaufnahmen, die je in einem unserer Karl-Mai-Filme zu sehen waren. Abenteuer und Humor. Romantik und harter Kampf. Herr Lindsay, das wären wollen nicht umsonst das wilde Kurdistan heißt. Oh herrlich, natürlich das wilde Kurdistan. Wunderbar. Ich liebe Wild. Amd. Amd.